Entfernen Sie das Provisorium. Reinigen Sie die Präparation, wenn nötig, mit einer Polierbürste und einer fluoridfreien Reinigungspaste, zum Beispiel mit Proxydfluoridfrei. So entfernen Sie alle Reste des provisorischen Befestigungszements. Spülen Sie anschließend mit Wasserspray und blasen Sie die Präparation mit Luft aus. Vermeiden Sie eine Übertrocknung. Für optimale ästhetische Resultate können Sie die Farbe der Restauration mit VarioLink Aesthetic Try-In-Pasten vorab überprüfen. Applizieren Sie die Try-In-Paste in die Restauration und setzen Sie diese ein. Überprüfen Sie die Passgenauigkeit und die Okklusion der Restauration. Anschließend spülen Sie die Try-In-Paste gründlich mit Wasserspray ab und trocknen die Präparation mit ölfreier Luft. Wurde die Restauration bereits vom Labor vorbehandelt, reinigen Sie die Klebefläche mit Evoclean. Schütteln Sie die Evoclean-Flasche und tragen Sie Evoclean dann mit einem Microbrush oder Pinsel deckend auf die gesamte Klebefläche der Restauration auf. Lassen Sie Evoclean 20 Sekunden einwirken. Danach spülen Sie Evoclean gründlich mit Wasserspray ab und trocknen die Restauration mit ölfreier Luft. Sollte die Restauration nicht vom Labor vorkonditioniert worden sein, strahlen Sie die Innenseite der Restauration aus IPS-Emax Zircats Prime Aesthetic mit Aluminiumoxidpartikeln der Größe 70 bis 110 µm bei einem Druck von 1,5 bar ab. Spülen Sie die Restauration gründlich mit Wasserspray ab und trocknen Sie sie mit ölfreier Luft. Tragen Sie den Universalprimer Monobond Plus mit einem Pinsel oder Microbrush auf die vorbehandelte Klebefläche auf und lassen Sie ihn für 60 Sekunden einwirken. Anschließend verblasen Sie Monobond Plus mit einem starken Luftstrom. Eine sichere Trockenlegung des Operationsfelds ist bei der artesiven Befestigung unerlässlich. Verwenden Sie dafür beispielsweise den Lippen- und Wangenhalter OptraGate zusammen mit Watterollen und einem Speichelzieher. Reinigen Sie die Präparation noch einmal mit einer Polierbürste und fluoridfreier Reinigungspaste, beispielsweise mit Proxydfluoridfrei. Spülen Sie die Präparation anschließend mit Wasserspray und blasen Sie sie mit wasser- und ölfreier Luft aus. Vermeiden Sie eine Übertrocknung. Tragen Sie RT's Universal auf die gesamte Klebefläche auf und reiben Sie es für mindestens 20 Sekunden ein. Beginnen Sie auf der Schmelzoberfläche. Verblasen Sie nun RT's Universal mit öl- und wasserfreier Druckluft, bis ein glänzender, unbeweglicher Film entstanden ist. Vermeiden Sie dabei unbedingt die Bildung von Pfützen. Licht härten Sie RT's Universal für 10 Sekunden mit einer Polymerisationslampe bei einer Lichtintensität von mindestens 500 mW pro Quadratzentimeter, zum Beispiel mit Blue Face Power Cure. Applizieren Sie die gewünschte Menge Variolink Aesthetic DC aus der Automischspritze direkt in die Krone. Bringen Sie die Restauration in situ und fixieren Sie sie mit gleichbleibendem Druck. Licht härten Sie die Zementüberschüsse 2 Sekunden pro Viertelseite, zum Beispiel mit Blue Face Power Cure im Pre-Cure-Modus. Achten Sie auf einen Abstand von maximal 10 mm zwischen Lichtleiter und Restauration. Sie können die gelartigen Überschüsse nun leicht mit einem Scaler und in den Approximalbereichen mit Zahnseide entfernen. Variolink Aesthetic DC unterliegt, wie alle Komposits, der Sauerstoffinhibierung. Um diesen Effekt zu umgehen, können Sie die Restaurationsränder, unmittelbar nachdem Sie die Überschüsse entfernt haben, mit einem Glycerin-Gel abdecken. Dafür eignet sich idealerweise Liquid Strip. Anschließend lichthärten Sie alle Zementfugen nochmals 10 Sekunden pro Segment und Millimeter Schichtstärke der Keramik, mit einer Lichtintensität von mindestens 1000 mW pro Quadratzentimeter, zum Beispiel mit Blue Face Power Cure. Spülen Sie Liquid Strip jetzt ab. Arbeiten Sie die Approximalbereiche mit Finier- und Polierstreifen nach. Überprüfen Sie dabei die Okklusion und die Funktionsbewegungen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Polieren Sie die Restaurationsränder, beispielsweise mit Optra Gloss. Tragen Sie zum Abschluss eine dünne Schicht des Mundpflegegels IPS-Emax-Gel direkt auf den Gingiva-Bereich der zementierten Kronen auf. Verwenden Sie dafür einen Viva-Brush oder Pinsel. Entfernen Sie den Lippen- und Wangenhalter sowie die Watterollen. Verwenden Sie den Lippen- und Wangenhalter und Wangenhalter und Wangenhalter und Wangenhalter.